Hallo, ich bin Bruno und ich bin Annalisa. Jetzt bist du willkommen zu gucken mit Bruno und Annalisa. Heute machen wir die Pizza und die Kekse. So erst breiten Sie das Mehl aus und nähten Sie das Ei. Dann backen Sie den Preis mit der Ei-Gol. Nachdem Sie die Pizza saufen mit der Koku-Rofl-Ausk. Zitzen Okay, jetzt jetzt is you it you 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 Danke. 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 Für beide Minuten legen Sie die Engel offen. Hatts. Sehr heiß. Ich liebe es. Mmmh, ja! Für den Aktisch kriegst du das. Mmmh, lecker! So ist es gern wie die Schüssel. Dann, lecken zwei und ein und eine halbe Mehl in der Schüssel. Wunderbar, die sind in der Hand zu der Schüssel. Wunderbar! und ihr Füßel. Und dann drei Viertel Messstöcke von Braunsocken. Und legen ein kleiner Löffel von Backpulver und Salz in die Schüssel. Und zwei Eier. Dann legen wir eine Messstöcke von Butter in die Schüssel. Und ein kleiner Löffel von Vanilla. Dann rollen mit einem Abel. Und dann machen wir eine Messstöcke. 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 Und dann machen wir eine Messstöcke.